Willkommen bei Wanders. Heute werden wir Ihnen etwas über den Lengar 800 erzählen. Dieser Garstkamin ist erhältlich in drei Versionen. Dreiseitig Glas wie hier, als Frontmodell oder als Eckmodell links oder rechts. Der Lengar 800 ist ausgestattet mit einem realistisches Gasfeuer. Der einzigartige Aspekt ist die Art und Weise, wie das Gas durch die Holzscheiten geleitet wird. Sie sehen, welches schönes Flammenspiel hier durch gebildet wird. Natürlich ist der Gaskamin ausgestattet mit Fernbedienung, womit mehrere Funktionen bedient werden können. Es kann einen Timer geschaltet werden oder Sie benutzen den Thermostat, damit die Temperatur immer schön gemütlich ist. Neu ist das EcoWave System. Per Knopfdruck starten Sie eine Sequenz von 20 Minuten, wobei sich das Feuerbild immer ändert. Das gibt ein lebendiges Feuer, das noch realistischer wirkt und zugleich der Gasverbrauch senkt. Wie Sie hier sehen, ist dieser Kamin ausgestattet mit einer optionale keramischen Rückwand. Sie sehen, dass sich die Flammen drin spiegeln, was eine extra Dimension an das Feuer hinzufügt. Unsere Kamine können auf Anfrage auch von entspiegtes Glas versehen werden. Möchten Sie wissen, ob dieser Länge 800 oder ein anderer Gaskamin von Wanders Feisen Stoves zu Ihren Möglichkeiten gehört? Besuchen Sie Ihren Kaminfachhändler und fragen Sie nach Wanders. Vielen Dank fürs Gucken. Mehr Informationen finden Sie auf wanders.com. Da finden Sie auch die Händler in Ihrer Region.